Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Simsuchtis. Ja, und ich wollte heute mit euch nochmal eine kleine Idee für Schlafzimmer teilen. Und das geht mal wieder zurück auf eins meiner Lieblingsstücke. Und zwar dieser Marmorstein- und Eisentisch. Der lässt sich nämlich in vielerlei Hinsicht benutzen. Und ich hatte das schon mal in einem kurzen Video gezeigt, wollte jetzt aber eben extra nochmal eins dazu machen. Und ja, das machen wir heute. In diesen Tisch kann man, wenn man den Move Objects On Sheet aktiviert hat, eben diese kleinen Nachtschränkchen reinschieben. Und so habe ich mir für dieses Mal den mit der Glasplatte ausgesucht. Den da. Den kann man dann nämlich nehmen. Welchen nehmen wir denn da? Den da nehmen wir denn mal. Ja, das ist wieder so schwarz. Ich wollte, gleich können wir einfach nochmal dazu gucken, erstmal mit dem Bett anfangen. Ähm, genau. Nehmen wir mal so ein günstiges, so mit grau und blau. Und dazu machen wir dann aber auch noch ein wenig Holz, Nachtschränkchen. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal gucken, welchen Nachtschrank wir da nehmen. Ja, das ist so dieses Grau, was man dann so wieder im Bett wiederfindet. Finde ich dann ganz gut. Und jetzt könnte man hier an den Seiten noch die Küchenhochschränke hinmachen. Jetzt müssen wir den in einer richtigen Farbe raussuchen. Würde ich jetzt vielleicht wieder grau vom Bett nehmen. Ähm, ja, gucken wir mal. Genau. Jetzt haben wir hier viel grau. Vielleicht machen wir den dann doch anders. Jetzt habe ich mir eben noch ein zweites meiner Lieblingsstücke hier von den Sims. Was eben einfach so wahnsinnig vielfältig ist. Das ist dieses Teil. Man kann damit mit einer Halbwand einen wunderbaren Raumteiler bauen. Und das lässt sich eben auch, ähm, ja, wenn wir das frei verschieben, ähm, so in diesen Marmorstein und Eisentisch auch wieder reinschieben. So als Wandhintergrund dann nochmal. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wenn man dazu jetzt, äh, Bilder aufhängt, und, ähm, zwei Stück jeweils zwischen die Hochschränke, äh, muss ich mal gerade mal schauen, welches ich da gedacht habe. Und zwar dieses. Ähm, ja, dann sieht das gleich sehr schön aus, weil man diesen Marmorstein Eisentisch halt so schön dekorieren kann. Also man kann dann eben, können da nochmal, ähm, kleine Leuchten draufstellen. Welchen nehmen wir denn da mal? Hm, 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 hm. Hm. Vielleicht das hier. Da haben wir nochmal so ein bisschen was Blaues vom Popkissen drin. Und jetzt nehmen wir uns noch andere kleine Deko mit dazu. Eben einmal solche Zupftücherchen vielleicht. Dann können wir da nochmal, ja, Bilder natürlich auch. Ich würde jetzt hier vielleicht nochmal so Bücher hinstellen. Ähm, ja, dann vielleicht noch so ein bisschen Duftzeug für die Dame. Oder Nagellack. Ah, hier mal so eine Damenparfum. Nehmen wir doch mit. Oder vielleicht auch nochmal Nagellack. Also ihr seht, was ich eben meine, es lässt sich alles so schön dekorieren. Wenn ich jetzt dazu eben noch eine schöne Wandfarbe und einen schönen Fußboden mache, dann finde ich, sieht so ein Zimmer eben, ja, gleich doch sehr schön aus. Würde vielleicht jetzt wirklich in der Wandfarbe auch in so einem Braun bleiben, dass wir dieses Braun eben, was wir im Marmorstein Eisentisch eben haben, nochmal wiederfinden. Ah, das ist vielleicht schon ein Tick zu dunkel, ne? Ja, das auch. Ne, wahrscheinlich eher das da. Ja, wenn man jetzt noch einen schönen Teppich dazu legt, dann sieht das Ganze doch gleich sehr schön aus. Welchen nimmer denn da mal? Ich weiß nicht, was haben wir denn hier mit so dabei? Ja, das ist wieder so grau. Finde ich, das sieht jetzt schon sehr schön aus. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, hier an der Seite noch Fenster oder ja, auch an dieser Seite halt eben, dann gibt das doch schon ein schönes Zimmer. Natürlich könnte man das Ganze eben einfach auch nochmal umgestalten. Wenn euch das hier in dem Stil zu duster ist, dann nimmt ihr halt eben was anderes. Und die Bilder können wir uns dann vielleicht mehr auf das Blau von dem Kopfkissen nochmal beziehen. Und dann sieht das so aus, sieht eben auch sehr schön aus. Müsstet ihr dann entscheiden, was euch da so besser gefällt. Aber das ist eben nochmal so eine Idee von diesem Marmorstein und Eisentisch. Ja, vielleicht könnt ihr denen dann praktisch nochmal selber eine Kommode von bauen, indem ihr das Ganze hier vorne eben nochmal wiederholt. praktisch so, vielleicht auch nochmal mit einem zweiten Teil hier oben rein, dass wenn auf dieser Seite eben... Und auf dieser Seite praktisch die Tür ist, dass ihr das hier nochmal so reinschiebt, dass man nicht direkt auf dieses Bett halt guckt. Oder was ich auch immer sehr schön finde, ist, wenn man dazu so eine Ottomane stellt. In dem Fall nehme ich immer ganz gerne diese mit diesen Büchern oder was das da unten drin ist. Finde ich auch immer sehr schön. Auf die geschlossenen auch, wenn man eine nimmt, die zu ist, auf eine solche beispielsweise. Wenn wir die jetzt mal da hinstellen, dann vielleicht in so einem weißen, ja, Korbgeflecht würde ich jetzt sagen. Hier kann man sehr schön noch diese Kissen drauflegen, indem man die einmal verkleinert. und dann nach oben schiebt. Und dann sieht das so aus, ob da so ein paar Kissen draufliegen. Können wir die vielleicht nochmal hier an die Seite schieben. Ja, dann könnt ihr da von den kleinen Sachen, hier gibt es ja irgendwo so zusammengelebte Hemden oder Pullis. Genau da. Könnt ihr dann auch nochmal da oben drauflegen. So, und ich finde, dann sieht es im Zimmer gleich sehr bewohnt halt aus. Ja, die schweben so etwas in der Luft. Ich glaube, die müssen wir eins tiefer schieben. Ja, das wäre meine Idee nochmal zu den Marmorstein- und Eisentischen, wie ihr damit ein schönes Schlafzimmer kreieren könnt. Ja, das war's für heute. Ein kleines, kurzes Video von mir. Wenn ihr Lust habt, schaut euch die anderen auch noch an. Da gibt es auch noch jede Menge Ideen. Ein Daumen nach oben wäre schön und über jeden Kommentar freue ich mich auch. Ja, das war's dann. Und ich sage dann auch schon wieder Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.